Hallo und Willkommen bei Lothar Walther. Ich bin Andreas und heute sprechen wir über das Lothar Walther Custommade Programm. Auf unserer Internetseite könnt ihr euren Lauf individuell konfigurieren, um den genauen Ansprüchen für eure Anwendung gerecht zu werden. Ob das jetzt nur für sportliche Schießen ist oder für die jagliche Anwendung. Alles fängt mit dem Lauf-Rohling an. Hier habt ihr die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Rohlingen und Drallängen auszuwählen. Manche Kaliber sind auch als Polygon Profil erhältlich. Lothar Walther hat zwei Laufmaterialien, der normale Spezialgewehrlaufstahl, brunierbar oder den rostträgen Edelstahl. Als nächstes wählt ihr die Kontur aus und die Lauflänge. So nimmt der Lauf auch Form an. Ob das jetzt eine kurze, führige Jagdwaffe wird oder eine schwere Benchwestwaffe, das liegt ganz bei euch. Ist nichts passendes dabei, kein Problem. Lothar Walther kann auch nach Kontur, Skizze oder Musterlauf individuell fertigen. Jetzt gibt es Druck. Das Patronlager steht an. Hier habt ihr die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Patronenlagern auszuwählen. Manche sind auch als Minimallager verfügbar, um dem Wiederlader und dem Präzisionsenthusiasten die Arbeit zu vereinfachen. Damit der Lauf auch nachher tadellos sitzt, fertigt Lothar Walther auch das Systemgewinde. Ob für die einfache Repetierbüchse oder für den modernen Selbstlader, steht alles zur Auswahl. Ihr habt einen seltenen Exoten, kein Problem, schickt uns das Teil einfach her. Wir können das System vermessen und nach Muster fertigen. Zum krönenden Abschluss machen wir auch noch die Mündung, damit nachher auch alles sauber sitzt. Fertigen wir auch euch gerne das Mündungsgewinde für Schalldämpfer oder Mündungsfeuerdämpfer mit an. Wir haben dazu auch passend gleich die Mündungsfeuerdämpfer und Mündungsbremsen im Auswahlprogramm für unsere Lothar Walther Konturen. Ihr möchtet euren Lauf optisch aufwerten? Auch kein Ding. Wir können euch auch die Kanellierung fertigen. Spart auch ein bisschen Gewicht. Zum Schluss kann Lothar Walther auch noch die Matchbehandlung anbieten, um die letzten Bearbeitungsspuren im Übergang und an der Mündung zu beseitigen. Für das letzte bisschen an Präzision. Wie immer gilt, Lieferung an oder von uns immer nur über den Fachhandel oder den Büchsenmacher eures Vertrauens. Damit haben wir das Thema Kaste mit im Groben durch. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Lothar Walther.